hallo ihr lieben und willkommen zu einem video ja es ist ein video das jetzt kommt man glaubt es kaum ich möchte es nicht unbedingt info video nennen es wäre so mehr ein lasst mir doch mal eure meinung da video und ich wollte auch überhaupt mal guten tag sagen denn dieser kanal hier es zockt der ist ja noch relativ neu den habe ich erstellt anfang mitte januar und hier läuft im moment das allererste projekt das sind die drei fragezeichen geheimnis der schatten helden ich will immer welten sagen aber es sind helden schatten helden das läuft ja im moment da kommt zweimal die woche ein video im moment mehr leider nicht weil ich noch zwei andere projekte laufen habe auf meinen anderen kanälen einmal hier auf es zockt time management da läuft noch ein projekt und auf meinem kanal trendswelt läuft auch wo w im moment noch und deswegen teile ich das ein bisschen auf und deswegen gibt es zurzeit hier nur zwei videos in die woche das heißt wir werden hier an dem hier das da an den drei fragezeichen werden wir noch ein bisschen also spielen das wird noch ein bisschen dauern nichts desto trotz wollte ich jetzt mal ein video raushauen aber an allererster stelle weil der kanal neu ist möchte ich auf jeden fall erst mal alle abonnenten ganz herzlich auf dem kanal hier begrüßen ich freue mich sehr dass ihr da seid und ja bitte macht fleißig mit gibt daumen hoch und lasst kommentare da das wäre auf jeden fall schön ich freue mich über alles auch wenn ich nicht allzu viele moment irgendwie antworte oder oder so in der art aber ich freue mich über jeden der sich hier beteiligt und ich freue mich dass ihr da seid mein name ist kamen sandra daher kommt das s hier oben außerdem in nordhessen beginnen alle namen mit s falls ihr das noch nicht wusstet ne s anna s bärbel selger s kamen und da passt das sehr schön irgendwie s kamen oder sandra zockt also kam sandra das bin ich und ja schön dass ihr da seid ihr lieben und ja also wenn zwar hier noch ein bisschen dran spielen das wird noch ein bisschen zeit in anspruch nehmen aber nichts desto trotz liebäugel ich jetzt schon dauernd mal mit was könnten wir denn nach den drei fragezeichen spielen ich habe da so ein paar favorites für mich ja da würde ich gern mal gucken ich weiß noch nicht aber ich würde vielleicht ganz gerne eure meinung mal hören also auf diesem kanal spielen wir ausschließlich point and click adventures wie der name sagt klingt logisch denke ich und da wollte ich jetzt einfach mal so ein bisschen feedback von euch auf was ihr bock hättet bei mir zu gucken was euch spaß machen würde wo ihr auch dranbleiben würde wo ihr interesse dran habt und ja da wollte ich jetzt mal euch eine auswahl von spielen zeigen ihr seid also einfach mal so nett wenn ihr langeweile habt ihr habt genug zeit wie gesagt wir spielen ja jetzt hier noch aktuell ihr habt also genug zeit darüber nachzudenken oder mal bei mir zu stöbern und zwar hier auf steam da oben braucht ihr bitte da einfach mal draufklicken wenn es geht dann kommt ihr auf meine steam seite und hier sind meine spiele und dann könnt ihr nämlich mal ganz fröhlich hier mal durchstöbern kann man machen wenn man krank ist im bett liegt und nichts zu tun hat nimmt man sich handy und guckt mal bei mir auf der steam seite da ist auf jeden fall einiges an point and click adventure dabei das hier wäre zum beispiel eins ihr müsst halt mal gucken was hier point and click ist also hier alcatraz ist glaube ich auf jeden fall eins adam wolf ist so eine mischung aus point and click und wimmelbild geht aber eher in richtung wimmelbild also das dann wahrscheinlich eher nicht auf diesem kanal aber hier bertram viertel episode 1 also episode 2 ist auch schon draußen die habe ich aber noch nicht naja okay agatha chris die wäre auch eins das habe ich aber schon auf trends welt gespielt falls ihr das sehen wollt bitte tut euch keinen zwang an kommt mich da besuchen aber das hier zum beispiel habe ich schon gespielt was hätten wir denn noch alpha polaris weiß ich gerade nicht ob das ein wimmelbild ist oder ein klick point and click point and click weiß ich auch nicht hier weiß es auch könnte point and click sein ähm nom 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 lass mich mal gucken vampire story zum beispiel wäre auch ein point and click äh ich glaube bear with me ist auch point and click ah ja also ich habe hier schon ein bisschen was im angebot ne da könnt ihr mal schauen und durchstöbern ich habe die ganze deponia reihe die habe ich auch noch nicht gespielt immer nur mal angefangen so ein bisschen was haben wir hier noch war ja ich weiß gerade nicht hier day of the tentacle hätte ich auch da ist auch point and click was haben wir hier noch ja naja deponia deponia ja die drei fragezeichen das spielen wir ja aktuell das habe ich auf dem trends weltkanal schon gespielt das auch was haben wir denn hier noch so don't start ist natürlich kein point and click regular origin habe ich schon gespielt auch hier äh etna und harvey also äh etna hier the breakout wie heißt das denn auf deutsch etna bricht aus oh mein gott etna bricht aus habe ich auch da ähm ja ja oh ja gabriel knight zum beispiel ist glaube ich auch eins ja ja grim fandango ist auch eins auch ja honte das war sehr witzig das habe ich aber schon gespielt naja nicht also da könnt ihr mal schauen und ansonsten hier kathy rain aber das finde ich nicht so toll glaube ich oder hier calvin and the infamous machine das glaube ich auch eins ja ja ich habe schon eine ganze menge hier da ist glaube ich eins da da ich habe ordentlich spiele und ich habe die alle noch nicht gespielt memento mori habe ich schon gespielt den ersten teil den zweiten aber noch nicht den könnte ich dann auch anbieten zum beispiel nelly kutalot ist glaube ich auch eins aber da habe ich reingeguckt das finde ich irgendwie langweilig glaube ich naja ist aber egal für euch wenn ihr findet ihr wollt unbedingt nelly kutalot bei mir sehen dann könnt ihr das bitte reinschreiben ähm ja nicht so zieht sich das hier durch also ich habe ja ich habe schon ich habe ein paar spiele zur auswahl hier ja ja ihr lieben und dann habe ich aber auch noch welche im schrank das sage ich euch jetzt mal so ich habe nämlich auch harveys neue augen hier habe ich da oben im schrank stehen dann habe ich die komplette collection von black mirror die habe ich auch noch nicht gespielt und da habe ich noch the raven wie heißt die the raven erbe des meister diebes oder so habe ich angefangen auf trance welt habe ich aber nicht zu ende gemacht würde ich vielleicht noch mal anfassen wenn ihr das sehen wollt also the raven habe ich da noch stehen und ich könnte euch anbieten bernd das brot warte mal bernd das brot und die unmöglichen okay habe ich mal reingeguckt bin ich mir nicht ganz so sicher ob das irgendwie lustig ist oder eher nervig aber ich hätte es da bernd das brot naja ne in einer schönen bernd das brot verpackung so ja das kommt dann mal wieder da oben aufs regal also ich habe ja einiges hier mit tesla effekt habe ich auch schon geliebäugelt aber das könnte irre lang werden ich habe keine ahnung ob ich das durchhalte man weiß es nicht immer ein bisschen schwierig hier bei mir na so okay also da wisst ihr ihr wisst bescheid stöbert gern mal bei mir rum und dann schreibt ihr mir mal unter das video worauf ihr bock hättet was ihr bei mir mal gucken wollt und in der hoffnung natürlich dass ihr es dann auch guckt sollte ich es spielen ich möchte das eigentlich nur mal so ein bisschen als als ja wie soll ich sagen als weiß ich nicht wenn jetzt einer keine ahnung also wenn ich es gar nicht spielen will werde ich es nicht spielen und wenn ihr das zehnmal vorschlagt aber vielleicht ist ja das ultimative spiel dabei dass ich jetzt einfach übersehen habe wo ich voll drauf bock habe und ihr müsst mich jetzt erst mal drauf stuppen ne wisst ihr was ich sagen will ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne point and click adventure spiele vorschlagen die ihr hier gerne sehen wollt die ich nicht habe dann kann ich mal gucken wenn es nicht zu teuer ist oder wenn es mich interessiert oder wie auch immer ich möchte eigentlich mal so ein kleines brainstorming von euch haben und ja ihr lieben das war es eigentlich schon und dann gucken wir mal was wir als nächstes spielen wenn die drei fragezeichen hier zu ende sind ich habe noch drei andere drei fragezeichen spiele im schrank stehen das sind ganz alte ich habe schon überlegt ob wir die dann hier anschließen aber die sind im vergleich zu dem was wir jetzt hier haben zu diesen neueren teilen sind die einfach nicht so lustig so chaotisch und da sind auch nicht die original stimmen bei ich weiß nicht ob euch das tatsächlich interessiert es könnte langweilig sein das gameplay ist noch ein anderes und das ist halt auch nicht so lustig gemacht und ja nee also ich weiß nicht ich hätte halt die drei teile da noch ich weiß jetzt gerade noch nicht wie sie heißen wartet wartet geht nicht weg ich gucke nur momento ich bin gleich da okay moment so okay bin wieder da und das sind auch nicht drei teile sind sechs teile das ist einmal die drei fragezeichen das geheimnis des magiers dann die drei fragezeichen bomben in rocky beach die drei fragezeichen gespensterjagd die drei fragezeichen alarm im internet die drei fragezeichen der schatz der azteken und die drei fragezeichen tödliche schatten und die sind irgendwann von das sind richtig fette packungen hier aus welchem jahr sind die steht das hier irgendwo bla 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 copyright gedöhnt steht da kein jahr dabei warum nicht was denn das für ein scheiß steht da sonst immer copyright woher 2003 also dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen 2003 wieder das gameplay ist aber hey ich meine ich hätte sie hier ich weiß allerdings nicht ob das besonders hübsch aussieht auf windows 7 und ob es überhaupt läuft wollte ich euch aber trotzdem mal drüber informieren was ich so im schrank habe okay und dann ja wisst ihr bescheid geht mal ein bisschen stöbern bei mir macht mal schöne vorschläge da freue ich mich drauf und ja dann sehen wir uns im nächsten teil hoffentlich wieder von die drei fragezeichen geheimnis der schattenhelden und dann versagt mir die stimme und ich wünsche euch auf jeden fall noch einen schönen abend oder einen guten morgen oder einen guten tag wann auch immer ihr dieses video seht beteiligt euch da würde ich mich sehr freuen und ja ihr lieben bis dahin